ein wunderschön herzlich willkommen zurück zu just cause 3 und weil das spät am abend ist und ich dachte ich möchte auch wieder eine runde spielen und nicht so lange warten habe ich mir gedacht wir versüßen diese zeit spricht diese folge wird eine ja eine kleine aufgaben geschichte hier werden wir machen mal hier eine schnellreise zum boot zum zum bazooka wahnsinn mal gucken wenn dann zeit bleibt machen wir noch eine andere wahnsinns aufgabe nebenbei so wir stehen auch drauf und zerstörungswut geschütze du kannst du dich auch warten bis ein größeres boot hast ist deine entscheidung wir starten einfach mal mal gucken was passiert so jetzt bin ich mal gespannt wie soll das funktionieren bei erster zerstörung geht countdown los das problem ist halt okay so nicht wir sollten uns eine stelle aussuchen wo wir viel abschießen können zum beispiel die türme das doofe ist dass wir ja währenddessen hier fahren müssen da kommt Ja, wir können ja währenddessen hier leider nicht fahren. Das heißt, wir müssen... Komm. Los, schneller, schneller. Komm, komm. Boah, bist du lahm. Los. Mann. Komm, mach hin. Oh nein. Komm, mach hin. Das liegt da alle. Ah, schade. Hm, hm. Das ist schwer. Mehr Granaten. Na, immerhin. Selektives Glas. Was? Keine Ahnung. Wir sind Platz zwei. Also so viele haben es noch nicht gemacht. Äh. Das ist natürlich schwierig hier mit den Booten. Muss ich mal ehrlich sagen. So, dann schauen wir mal. Wir hätten hier... Wobei in die Richtung, muss ich mal ehrlich sagen... ...hätten wir doch weitaus... ...mehr Chancen. Dinge kaputt zu schießen. Wenn ich mich jetzt hier so... ...so platziere, müsste das eigentlich funktionieren. Ach, ne, komm. Ein bisschen dichter können wir noch. So, gucken wir mal. Und feier frei. Ja. Komm, komm. So, schnell. Komm, lass. Jetzt geht's ein bisschen dichter. Nein. So. Ja, komm. Geh kaputt. Ja. Oh, komm. Komm. Komm, schnell. Mist. Ah. Das ist, glaube ich, nicht so meine... ...meine Aufgabenstärke. Wir sind aber besser geworden. Aber nun gut. Ja. Ich möchte gerne eine andere Aufgabe machen. Die gefällt mir nicht so. Boote. So, wir können jetzt... Warum waren die nicht aktiv? Sind sie aber aktiv, ne? Ja. Hier sehe ich zum Beispiel was hier... Schrottplatz-Kletterei-Herausforderungen. Wir müssen hier so eine... ...so eine Pfeile... ...müssen wir mal gucken. Ich werde sie bestimmt übersehen. Ihr seht sie sofort. Pfeile. Also... Wir hatten sowas ähnliches schon mal irgendwo. Äh... ...hallo. Jetzt habe ich wahrscheinlich nach der falschen Farbe geguckt. Ich habe die ganze Zeit nach Blau geguckt. Aber Grün ist ja die Farbe der Kenntnis. Hier ist irgendwie noch da. Genau. Schnellreise. Du sollst die Raffinerie überlasten und hochjagen. Nee, jetzt nicht. Schrottplatz-Gerange. Sammle so viel Bavarium wie du kannst mit dem jemals patentierten Bavarium-Attraktor. Verdiene mehr Zeit für jede zu grube gelieferten Ladung. Ich bin gespannt. Schuss mit Bavarium. Drehen wir es hinter uns. Achso. Wo muss ich es hinbringen? Wo muss ich es denn hinstellen? Hallo. Hallo. Oh, 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 oh. Ach, da. Ah. Firefox. Gut, also jetzt weiß ich, wie es läuft. Also in der nächsten Runde wird es besser. He, 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 he. Weiter. Vorsichtig. Jawohl. Jawohl. Hohohoho. Ja. Ah, Mist. Mist. Okay, das schaffen wir jetzt nicht, aber gut. Wir wissen jetzt, wie es geht. Ich habe diese Stelle gesucht. Das war mein Fehler. Aber immerhin drei Zahnräder. Zweimal Verbindung. Mhm. Cool. Drei weitere Zahnräder machen was? Ui. Wir wiederholen es nochmal. Na klar, es macht Spaß. Ungelogen, das macht Spaß. So bescheiden billig das Spielprinzip ist. So. Und anders, Ding. He, 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 he. Nun komm. Nein. Zu viel Zeit verloren. Ja, sammelt alles ein. So. So. Dann mal rüber da. Ah, hohoho. Was? Oh ne, bitte Attackiere Zielpersonen. Alle Einheiten hierher. Komm, 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 komm. Ja. Also damit konnte ich jetzt echt Kinder rechnen, dass da jetzt dass da jetzt irgendwelcher Krams kommt, dass wir neu angegriffen werden hier. Und wir natürlich dann festhängen. Ja, das schaffen wir jetzt nicht. Schade, schade. Ja, ja. Einmal machen wir es noch. Dürfen wir uns da nicht jagen lassen so dolle dann von den So. Komm, lass. Ja. Los, mehr Steine. Ja. Komm, oh ne. Raus mit dir. Das kostet Zeit. Gut. Ja, nehmt mit. Aua, 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 aua. 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 Vein. Wie geht es noch? Ja. Wie geht es? Ah, Mist, ey. Das lief so gut, das lief so gut, das lief so gut. Oh, nein. Ah, nun komm. Ah, das reicht nicht. Das reicht nicht. Das reicht nicht. Ah, ja. Aber wir schaffen die volle Pulle nicht. Schade. Schade, schade. Ah. Hm, nun? Suchen wir uns doch eine Aufgabe. So. Cool. Wir können immer noch weitermachen, aber hier ist kein Bavarium mehr. Hehehe. Nun gut. Ähm. Wir haben jetzt wieder eine Mod, das ist schön. Und wir suchen uns noch eine raus. Mal gucken. Mal gucken. Genau. Wir machen noch eine Tunneltour. Komm. Wenn dann richtig. Für die Freunde des Gleitflugs. Wingsuite Course. Flieg mit deinem Wingsuite, ist klar. Wir gucken uns erstmal an, wie das aussieht. Denn nur mit diesen Aufgaben können wir hier wieder Frieden reinbringen. Ach, herrje. Ja. 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 Nein. Nein. Mister. Wieder diese dämliche Lampe, wie beim allerersten Wingsuite Course. Ist doch scheiße. Hehehe. Das ist... So, also nochmal, komm. Ja. Ja. Das lief so gut. Das lief wirklich schon so gut. Wir sind nirgendwo angeeckt. Wir sind nirgendwo angeeckt. Außer bei der dämlichen Lampe da eben. Wow, 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 wow. Ja. Ja. Nein. Ich mach grad die March. Jetzt mal im Ernst, das war doch wirklich Sahne geflogen. Sahne. Besser ging's doch fast gar nicht. Okay, nochmal. Okay. Ah. Nein! Mist. Ich wollte mich jetzt ein bisschen ziehen, um Schwung zu holen, aber... Na komm, einmal schauen wir es noch. Ja, ja, los, los, los. Wir haben keine Zeit. Ähm. Perfekt. Perfekt. Großartig, naja, okay. Müssen es nicht riskieren. Mister! Habt ihr es gesehen? Ach, Mensch. Ach, komm, eh mal schauen wir noch. Der will bloß nicht, dass ich ins Bett gehe. Ganz einfach. So, jetzt ab. Los. Jetzt aber. Ja. Ruhig, ruhig, ruhig. Ruhig, ruhig. Ruhig, ruhig. Ruhig, ruhig. Ja, ja. Haha. Was? Da fehlt doch noch was. Aber es müsste reichen, oder? Genau, wir haben jetzt die ruhige Hand. Das müsste bedeuten, dass wir... Was haben wir dann? Schleuderboost. Ah, das was wir noch so brauchen. Ich glaube, wir haben noch ein paar Sachen zu tun, um uns ein bisschen hier besser auszurüsten, oder? Na klar. Haha, Plutsch. Ui, unter Wasser sieht es auch gut aus. So, jetzt müssen wir bloß... Komm, komm, komm. Du hast nicht so lange Luft, denk dran. So. Ja doch. Oh. Das macht er nicht? Na klar, macht er das. Guck mal, aus dem Stand... Kriegen wir das hin. Na, aber sowas von... Dann schalten wir noch schnell die Mod an. Genau. Schließlich haben wir sie ja. Guck mal, wie... Wow. Guck mal, wie hoch wir schon... Allein... Jawoll. Das werde ich jetzt noch ein bisschen üben. Dann gehe ich ins Bett auf alle Fälle. Und... Ich würde mich freuen, wenn wir uns dann wiedersehen bei der nächsten Folge. Die nächste Folge wird dann... Ich wollte gerade sagen, eine Missionars-Folge. Wird eine Missions-Folge. Und... Da bin ich schon echt gespannt drauf. Weil... In der letzten Zeit haben wir hier ja bloß Aufräum-Folgen gemacht. Und... Die müssen ja auch sein. Weil wir müssen ja die Gebiete freikriegen. Ansonsten... Haben wir es ja nur mit den tollen Leuten hier zu tun. Und ich glaube, das bringt es auf Dauer nicht. Wenn wir uns da die ganze Zeit nur kappeln. Sondern... Oder... Einmal... Nur ein bisschen Pups sagen. Und schwupps haben wir dann haufenweise Leute an der Backe. Ja, es ist bei GTA auch Mist. Deswegen versuchen wir mal so weit wie möglich unterm Radar zu fliegen. Was haben wir denn hier? Hubschrauber. Ne, 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 ne. Ich habe eigentlich nicht vor, jetzt hier irgendwas zu machen. Ich wollte eigentlich bloß lang fliegen. Guckt doch mal an, was hier ab geht schon wieder. Wollte mir einfach nur die Gegend hier angucken, während ich mit euch doch kurz plaudere. Ähm... Wie gesagt, das hier ist eine schöne Sache, die man... Ja, ja. Was man hier schön üben kann und sollte. Äh... Weiß... Das war Gronkh gerade eben. Ähm... Damit man hier auch ein bisschen... Ähm... Weiterkommt. Ui... Weiß... Weiß... Genau, Gronkh. Ähm... Dieser kleine Ausflug so am Schluss. Die Finger ein bisschen zu schulen und zu üben. Danke fürs Zusehen und, ähm... Ja, bis zur nächsten... Was ist das da? Was ist denn das? Bist du, schnell komm ich nicht hinterher. Oder? Was war denn das? Finde ich jetzt nicht mehr, oder? Doch, da hinten, da. Was ist das? Ein Flugzeug. Nehme ich mal stark an. Aber... Ah... Das ist ein Jet. Okay. Gut, jetzt wissen wir, was das ist. Also, ich zumindest. Uah... Gut. Wir warten hier in den Butterblumen. Ne, was ist das? So, im Löwenzahn. Und... Bis zur nächsten Folge. Euer Firebox. Ciao.